hi leute heute mal ein kleines video über unsere rundtour ums steinhuder meer steinhude nähe wunstdorf bei hannover in niedersachsen gestern war schönstes herbstwetter also bisschen sonne nicht viel aber auch wenig wind das ist schon mal gut waren so 13 14 grad und was also wunderbar die landschaft ist ja auch sehr schön und wie gesagt herbstzeit was heißt viele eichhörnchen und auch viele pilze neuerdings ein paar mal gesehen ein paar mal gefunden ohne es zu wollen großartig sind keine pilzesser gottes willen auch der sehr bekannte pilz eigentlich der einzige man kennt ich sag mal designer haben sie da ziemlich häufig gesehen ja vielleicht sogar irgendwo eingebautet wer weiß es denn wenn mario auf ihn ist ja ansonsten wünsche ich euch viel spaß bei dem video ich habe mich mal zurück hier mit den kommentaren und irgendwas viel zu sehen ist ja nicht es ist natur einmal rundherum werden auch zwischendurch noch so ein ja ich sag mal so ein gänse teich also wo viele wildgänse am hause gemacht hatten aber ein paar fotos gemacht privat videos geht es nicht hier kommen im großen und ganzen ist das halt einfach eine lohnende sache für radfahrer immer sehr schön warum 30 kilometer lockere tour kein thema also viel spaß da 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018